So, Gude und willkommen zur nächsten Folge, zur vierten Folge. Und zwar Schuss Sparks Challenge. Mal gucken, hier haben wir so ein bisschen eine Höhle gefunden, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück, dass ich der Kohl und sowas finde. Ah ja, hier sieht man nichts, keine Kohle, kein Gornix, da ist Kohle, das ist hier doch schon zu Ende, das ist hier wieder Stubie. Sönstens die Kohlekrallen, so ein bisschen Eisen wäre auch nicht schlecht, geht ja da noch ein bisschen weiter, damit wir am 1 diese Ziele erfüllen können, Diamanten finden und das wäre gut. Das ist übrigens ordentlich Kohle, das ist schon mal gut. Mal gucken, dahinten ist auch noch Kohle, sehr gut. Das ist aber Kohle hier, mein, nein, also Kohle flöts. Sehr gut. Alles mitnehmen hier. Da war ja nichts mehr, oder? Da geht es wieder raus. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Da geht es ja auch wieder raus. Die Kohle nehme ich aber mit. Eine kleine Höhle. Aber die hat noch da vorne einen Eingang, da muss ich mal gucken. Ich will ja gerade auch Eisen brennen. Na scheiße. Eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Aber ich habe hier Steine dabei, ich habe meine Craftingbox dabei, ist hier alles da, was man so braucht. Wo waren wir denn jetzt hier da? Ich kenne doch, oh, da ist, oh, was ist denn hier los? Muss man das so haben? Da geht es auf andere Seite, oder? Da sind wir ja, oh, die Flügel. Ja, oben. Da ist, oh, die Flügel. 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 Magst du nicht? Komm doch mal her. Komm mal her, komm, komm. Hier. Hallo, hallo. Komm. 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 Ich kenne da noch einer. Oh, hier sind drei Stück. Da ist sogar noch einer in der Ecke. Hallo. Schönes Tänzchen hier. Da ist noch eine. Da ist einer schon mal. Ich könnte auch ein bisschen schwarzfuld werden brauchen. Da kommt. Da kommt. Da kommt. Drei Hitschner ins Erweckenfenster. Ey, wo kommen denn die alle hin? Ist das ein Spawner oder was? Wie warst du aus? Halt, das ist ja schon mal nicht so toll. Ich meine, dass es so ein Spawner steht. Das sind vier Stück. Na komm. Das ist ein schönes Spiel hier, oder? So, noch einer. Komm. Na komm. Wo ist der denn da drüber? Ja, doch, gell. Ja, ich spiele noch ein bisschen weiter. So, jetzt aber halt die Weile. Das waren ja ganz schön viele hier. So, holen wir mal das Wasser weg. Gucken wir mal, was es hier noch gibt in der Höhle. Weißen schon mal. Schmeiß ja gut. Jetzt schon. Wo denn? Da ist aber nix mehr, oder? Und vielleicht. Na ja. So, wir haben erst mal das Eisen uns unter den Nagel reißen. Und die Kohle. Das Eisen finde ich wichtig. Schön wegbleiben, Kollege. Heute nicht mehr. Ui, bitte. So, mal schön wieder zu. Äh, damit nicht. Das hier ein bisschen, geht ja ein bisschen auf Zeit. Ein bisschen auf Zeit. Aber das ist ja immer noch. Wo ist das nächste? Das muss ich ja hier um. Oh, blöder Depp. So ein Idiot. Hat's kaputt gemacht hier. Das ist ja riesig. Da haben wir noch mal ein paar Fackeln machen. Da steigen wir noch mal ein bisschen hinab. In die Höhle. Mal gucken, was wir noch finden. Da glaube ich, mach ich mal ein Eisenschwert noch schnell. Ich freue mich da runter. Das ist mir vielleicht ein bisschen sicherer. Kann man schon gut gebrauchen. Aber noch. Kann man noch ein Eisenspitzhacke machen. Wir haben auch dennoch. Sehr gut. Wir haben noch ein paar Sticks. Die wir haben immer gebrauchen können, wenn wir unten irgendwo rum geistert. So, und dann braucht ich nämlich so ein Scheiß-Creeper nur noch drei Hits. Und dann ist der weg vom Fenster. Hier geht es aber runter. Letzten schon. Das ist ein riesen Höhle. Schufpassischen Abstürz. Das ist nix für mich hier. Da müssen wir uns dann runterbauen. Bei Gelegenheit. Das ist ein bisschen zu heftig. Wir können uns ja hier irgendwo durchgraben. Da hätten wir ja genug. Und dann müssen wir uns auf den Weg die Schafe machen, dass ich mal ein Bett bekomme oder so. Das wäre ja auch mal nicht schlecht. Weil es ist so schlecht. Ich muss mir noch ein Getreidefeld anlegen. Die nehme ich wieder mit. So. Gehe ich wieder nach oben. Achso, es ist das Dunkle. Könnte auch unten bleiben. War ich jetzt hier überall schon? Hier war ich schon, ne? Ach nee, hier war ich schon nett. Was geht es denn hier hin? Sag mal noch was. Doch, da. Ein Kollege. Komm mal hier weg da. Oben runter. Okay, ganz klar. Kann ich wieder mitnehmen. Kommt. Ne. Warum meckern hier? Da ist ja wieder einer. Krüle. Kommst du her. noch kommen die alle hier die kleinen putzigste aber die kommen alles oben oder was das ist ja scheiße jetzt muss ich mich den ganzen tag erwehren kommen alle von oben gewackelt hell machen bis bonn hier meine zu hause der hoch habe ich jetzt auch vorsteht wieder hoch mal schwert gezückt kennen sie ja hier wo sie ist meine denkst du mir jetzt auch hin dass wir spinnen kommen ich bin hier ich bin hier hin dann haben wir schon elf mit um wiederum und dann ist das ding ist es nach wie heißt gut gebrauchen kann man hier daraus machen sehr schön alles hier ein bisschen was haben wir ja schon da das ist ja doch gar nicht so schlecht man das sagen also jetzt haben wir ja ein bisschen kohle können wir ein bisschen kohle rein das eisen schwarzpulver haben aber nur ein schwarzpulver und den ganzen creeper das ist ja auch ein bisschen schlechte ausbeute muss schon mal sagen das ist ja doof hier rein ganz schön papier draus machen wir brauchen schon dort alle ich brauche schon mal sechs papier das ist okay jeder ein sport dann noch allerdings noch einen kaktus dann haben wir eine karotten nämlich noch mal mit und das ist gleich hier kann ich karotten essen ja da latsche schon einmal rum hier ich bin's von nebenan auch fertig mal sand machen auch sehr vernünftig 6 1 brauchen auch so viel eisen das wird richtig richtig was kosten hier der ganze spaß die man davor haben aber wenn man schon hinbekommen so habe ich dann jetzt schon erledigt mit meinem zettelchen da ich muss mal gucken bauern wird immer noch nicht dass wir jetzt in der nächsten folge angehen ich bin ich gucken ob schon irgendwo mal scharfe finde ich finde diamanten habe ich noch nicht empfangen jeden fisch ich werde jetzt mir eine angel bauen mache ich jetzt ich habe doch schon drei fäden jetzt schon mal eine angel und dann brauchst zwei fäden glaube ich oder so wenn wir jetzt mal einen angel bauen dann gucken wir gleich mal aus ob man dann ein bisschen fisch fangen können ich brauche sechs glas scheiße wobei ich kann auch das glas einsetzen hier mal gucken hier ist dann noch jemand zu hause nebendran noch ein ding sind wenn es da ein basteln dann kriegen wir noch alles geregelt so jetzt ist die zeit schon wieder abgelaufen das was ich hier und wir sehen uns der nächsten folge macht's gut bis dann folge macht's gut bis dann